Lisk, Ihre Probleme interessieren mich nicht. Sobald Sie die Lade geliefert haben, wird Ihr Honorar wie vereinbart von der IMC überwiesen. Halten Sie einfach mein Geld bereit. Ich bringe Ihnen Ihre wertvolle Fracht, Sie nutzen unser Idioten. Hey, Zeiten! Mach endlich auf und gib mir, was ich will! Sprachbefehl. Nicht erkannt. Ich reiß es einfach auf. Ist so riskant. Die Lade ist instabil. Hör zu, du Held. Du hast was, das mir gehört. Und das will ich wiederhaben. Los, sag deinem Titan, er soll das Cockpit erfüllen. Geht nicht, dann wird ihm kalt. Sie spielen immer noch den Held, was? Dieser Vertrag bedeutet eine Menge Kohle für mich, mein Freund. Sagen Sie Ihrem Titan, wenn er nicht aufmacht, jage ich Ihnen eine Kugel in den Kopf. Pilot in Gefahr. Okularsysteme marginal. Kann Pilot visuell nicht erfassen. Hoch mit ihm. Sie stehen jetzt. Genau hier. Genau hier. Ja? Sie stehen jetzt. Funktionen gestört durch Sie stehen aufzahlen. An meinen zwölften Geburtstag. Ich weiß ganz tief drin, funktionieren noch ein paar Dinge. Mach endlich auf! Oder ich jage deinem Piloten eine Kugel in den Kopf. An Zahlen erinnerst du dich noch, oder? Ich zähle jetzt bis drei. Eins. Ich betreue sie mir einfach. Nein. Und? War das jetzt so schwer? Tja, das ist das Problem mit Teams. Du gewinnst gemeinsam, oder du stirbst gemeinsam. Auf, was? Halt ihn dir! Er ist explodiert. Hey, schaffen Sie die Lade hier weg. Wir haben keine Zeit mehr. Oh, ich hab doch gesagt, das werde ich morgen noch spüren. Aber habt ihr auch diese Vibes? Sieht aus, als wäre es hier eine richtig fette Party gewesen. Hierher. Rupe, ich kann die Mission nicht mehr fortsetzen. Sag sowas nicht. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Ziel, Kind. Es ist Ihre beste Chance zu übernehmen. Oh, japanisch. Oh, japanisch. Ich kann das Ziel, wenn wir wie eine Smart-Pistol kriegen. BTE 727. Ich kann sehen, dass die Außentemperatur hoch ist. Ich brauche kein Scheiß-Bildschirm dafür. Ich habe etwas, aber es ist schwach. Ich kann es nicht bestätigen. Commander Briggs, ich erfange ein Datenkern. Das Signal ist schwach. BITCH, Smart-Pistol for the win. Ich habe Koopas Position. Er hat mir die Datenkern entfernt. Er muss das Zielkinder haben. BIT, Koopa, wie ist euer Schlager? Koopa, bitte kommen, over. BIT, 7274, Koopa, Koopa. Hier ist Commander Sarah Briggs. Ich werde Sie das hören. Sie müssen zur Drücke einen Klick nachlesen. Sie sind unsere einzige Chance, das Platz zu wenden. Unsere Flotte nähert sich der Fallwaffe. Wir kommen. Noch ist es nicht vorbei. Weißt du, was ich mich... Wisst ihr, was ich mich frage? Warum wüssten Sie nicht einfach alle Soldaten mit der Smart-Pistol aus? Die Richtung stimmt. Halten Sie den Kurs. Die Flugraffwehr ist drückt und die Feinwaffe ist besonders stark. Wir haben Probleme, Truppen auf den Boden zu drücken und die Zeit läuft uns davon. So, ich habe keinen Bock, dass es mir irgendwie in den Rücken fällt. Entferne den Datenkern und bereite ihn für den Zeitenfall vor. Obwohl eine Möglichkeit ist, warum die Nichts, die immer die Smart-Pistol benutzen, ist es vielleicht, weil das auch smarte Munition braucht und Munition teuer ist. Oh, Chromlackierung. Oh, es ist Zeit für Rambo. Kurz mal nachladen. Oh, ich hasse diese Dinger. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich sehe sie. Öffne jetzt das Feuer. Ich muss mich hier immer erst zuerst um diese gammeligen Kleinen kümmern hier. Ja, ich glaube, das war es nochmal mit dem SRS-Töten. Ich bin nicht mal bei der SRS-Töten. Ey, muss ich die IMC nicht total blöde vorkommen? Ich habe nur einen Wochenende-Kurs in Piloten im Titan-Fliegen bekommen. Und die Dinger, die Typen hier haben Ausbildungen bekommen. Keine Ahnung, wie lange muss man wahrscheinlich auf so einer Kack-Militär-Akademie sein? Okay, meine Luftunterstützung ist down. Commander Briggs, hier ist Gates von der 64. Bitte zu spät. Komm genau rechtzeitig, Gates. Wie viel Last haben Sie noch in der Malta? Mehr als genug. Keine Sorge, Group. Wir sichern Sie. Viel Erfassung online. Waffen bereit. Feuer! Feindlicher Zeit nimmt sich. Leif an. Feindheiten zerstört. Ziel erpasst. Feuer! Feindlicher Zeit zerfasst. Wir pressen hier, Piloten. Feuer, Feind! Feuer! Das war es, dass wir hatten. Feindheiten zerstört. Sorry, aber hier ist Endstation, Piloten. Feuer! Feuer! Das Smart System auffallen. Das Smart System verstehe ich nicht ganz. Nein, 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 nein. Nachleiten. Wir werden kommt raus. Feuer System! Ich weiß, Herr Scherz. Warnung, Warnung. Ist hier noch einer? Ja, da oben. Oh, ihr fress, bitch. Ja, das ist mir bewusst. Soll ich in dieser Welt zur Darts sein? Na ja. Hallo. Aktiviere Zielerfassungs-Responder. Zielkoordinaten Milizplanet Harmony. Initialisiere Zielerfassungs-Systeme. Harmony. Koordinaten eingelesen. Schnell durch. Come on. Oh, nee. Das sind die friedlichen Roboter. Schön außenrum. Wir haben ihr Geld, Blisk. Gehen Sie jetzt. Ab jetzt übernehmen meine Truppen. Endlich unternehmen die mal was. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Der gehört ihnen. Verhalten Sie die Folgen. Du bist kein Gegner. Den Job mache ich umsonst. Hier wird kein Geld mehr kleiner. Nur noch abbleiben. Aber der Ruder, der habe ich nur noch in den Bleistungs-Respodern. Mose-Respos-Respos-Responen. Das war immer so ein Schlauch. Wenn wir uns noch in den Demutungen beziehen. Das ist mir noch in den hassleen, dass die nicht mehr in den Pläten schlagen, die die das geht Sloane kann sich in der Phase verschieben. Ich hasse ihn. Doch, anscheinend doch. Alle Mitarbeiter müssen die Kammer sofort verlassen. Schwere Störungen der elektromechanischen Einheiten einschließlich zeitlos zu erwarten. Okay, weg. Aus meinem Weg. Ab. Vorbereitungsssequenz abgeschlossen. Lade wird eingesetzt. Der Rückstoß des Injektors hat meine Oberkubisch internen Systeme überlastet. Oh, f**k. Versuche, Okularsysteme wiederherzustellen. Wir haben die Falle, ob er gerade beschaut ist. Okularsysteme reaktivieren. Der Analyse im Folge ist die einzige Option. Eine Warnung. Feindheiten geordnet. Äh, Warnung. Feindheiten geordnet. Äh. Oh, das ist nett. Ich arbeite nicht umsonst. Aber... Jedermann hat seinen Preis. Du wirst mich auch nicht töten. Haha. Hier, hast du dir verdient, ja? Blisk. Dieser Banger Titan ist immer noch da drin. Nicht mein Problem, Marder. Das hätte in meinem Vertrag stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Was soll das werden? Was soll das werden? Der Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wurf die einzige Option. Der Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Autonomie Systeme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektoreinheit. Wir müssen das zusammen machen. Na gut. Wir machen das zusammen. Ich mach mich nacken. Wie ich die in Cooper. Unsere Teamverboten schafft es nicht rechtzeitig. Wir müssen die Faltwaffe von innen zerstören. Das ist der einzige Weg. Commander Brayton. Ich denke, ich weiß eine Lösung. Explodierter Reaktor. Doch, 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 doch. In der Lage sein. Die Lade im Zentrum der Verfassung. Die Folge ist zu Ende. Ich lass hier den Cliffhanger. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich hoffe, es geht bei Ihnen das. Ich hoffe, es hat euch nichtackt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht bei Ihnen. Vielen Dank.